Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Heike Mund, wir sind hier im Papageienpark in Bochum und diesmal hinter dem Papageienpark im Garten, bei unseren Ziegen. Und die kleine Maus hier, das ist meine kleine Marlene und ich, wir wollten einfach mal ein paar Minuten aus dem Papageienpark raus, einfach mal die Sonne genießen. Und ich finde, das ist heute der erste Tag, wo es so ein bisschen schöner und heller ist, so ein bisschen sonnig, es ist überhaupt keine Wolke am Himmel. Und dann macht das totalen Spaß, rauszugehen. Und übrigens, unsere Vögel finden das auch cool. Jetzt ist Marlene bei mir auf der Schulter, sie ist über 40, sie fliegt nicht mehr, insofern kann ich mit ihr draußen rumlaufen, sonst würde das ohne Aviator gar nicht gehen. Also man muss die Tiere sichern. Wenn man sie aber nicht anders sichern kann und sie vielleicht auch fliegen sollten, dann würde man vielleicht eine andere Sicherung nehmen, wie zum Beispiel einen Rucksack. So was hier, da kann man nämlich die Papageien reinsetzen, unfallfrei. Die sitzen dann hier und dann kann man, hier ist es eine Edelstahlgase, das kann man dann zuschieben. Und dann ist der Vogel sehr sicher und kommt auch von innen nach draußen nicht raus. Ich kann das mal so zeigen. So und dann ist der Vogel hier drin ganz sicher, fühlt sich auch recht wohl drin. Und man kann bei diesem Rucksack, kann man die Seiten hoch, kann man hier so festdrehen und runter und kann der Vogel auch mal an den Seiten rausgucken. Das geht hier genauso. Und wenn man will, dass der Vogel gar nicht zu sehen ist, weil vielleicht gerade noch was einkaufen ist, dann macht man einfach vorne zu praktisch. Weil die Tiere brauchen halt auch genauso wie wir das Sonnenlicht. Und so eine Transportbox, so eine Katzentransportbox mit so einer Sitzstange drin, das haben wir auch immer, wenn wir die Tiere abgeben. Ist natürlich nicht so toll, weil da kommen ja die Sonnenstrahlen von oben gar nicht rein. Beim Käfig, das kann man auch machen, wenn man jetzt auf der Terrasse ist oder auf dem Balkon, möchte mit seinen Vögelchen raus, gesichert, dann in einem Käfig. Nur der sollte dann so ein bisschen im Halbschatten stehen, damit die Tiere nicht die volle Sonne auf sich, auf den Körper haben. Das mögen die nämlich nicht. Die müssen sich also auch in dem Käfig zurückziehen können. Man könnte dann zum Beispiel ein Handtuch drüber legen. Aber ganz wichtig, dass die Tiere auch Sonnenstrahlen kriegen. Oder wenn man in der Wohnung das nicht anders kann, man hat keine Terrasse und sitzt im 15. Stock, macht man einfach das Fenster auf und schiebt die Voliere vor das Fenster. Nicht die Vögel frei fliegen lassen und auch nicht hoffen, nur weil der Vogel sonst auch immer auf der Schulter sitzt, mal ans Fenster gehen, um zu gucken, ob er denn gar nicht wegfliegt. Nein, er fliegt weg. Es ist nicht die Frage, ob sie wegfliegen, sondern wann sie wegfliegen. Das gleiche gilt übrigens, vielleicht mal so zum Schluss, wenn man eine Außenvoliere hat und die Vögelchen dann tagsüber mal in die Außenvoliere bringt, immer eine Schleuse haben. Der Vogel in der Transportbox, in die Schleuse, aus der Schleuse heraus, in die Voliere und erst dann wird die Box aufgemacht. Es passieren so viele Wegflugunfälle mit Tieren, wo man einfach gestolpert ist auf dem Weg zur Voliere oder hat die Tür nicht richtig zugemacht oder hat den Vogel vielleicht noch eingequetscht, macht dann die Tür wieder auf Vogel weg. Ganz wichtig, wenn ihr Außenvolieren plant, ihr könnt euch gerne mit uns in Verbindung setzen, dann besprechen wir das alles. Bitte, bitte nicht ohne Schleuse. Aber das ist dann nochmal ein extra Thema. Genießt die schöne Sonne, findet es toll, wir beide hier auch, ne mein Schatz? Meine kleine Marlene. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist meine große Maus, ne? Meine große Maus. Meine große Maus, ne? So, feine Maus, ne? Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Wenn ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Ja, bis bald, eure Heike. Hallo. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020